der sinn des lebens wie gesagt eine sehr wichtige frage viele haben sich viele haben danach gefragt war viele fragen sich was ist der sinn meines lebens aber die allerwenigsten haben eine antwort und das ist sehr traurig denn ein mensch der keinen sinn im leben hat oder keine antwort darauf hat ist ein unglücklicher mensch in den meisten fällen natürlich wird mir wird keiner das wird keiner mir gegenüber das zugeben wird diese tatsache zugeben es wird jeder für sich selber behaupten wollen nein mir geht es gut ich bin besser weil man kommt schlecht damit klar zuzugeben dass man einen fehler hat in seiner gedanken weise warum ist dieses thema noch so wichtig wie gesagt an erster stelle auch für uns um glücklich zu leben denn ich bin sicher dass es notwendig ist zu wissen was der sinn des lebens ist oder ein genaues ziel ein genaues programm in seinem leben zu haben und auf der anderen seite natürlich für das jenseitige glück heutzutage wenn man die menschen fragt was ist der sinn deines lebens oder wenn man einen menschen frage was ist der sinn eines lebens da bekommt man üblicherweise vier verschiedene kategorien von antworten ich habe in dieser in diesem bereich umfragen gestellt deswegen ich weiß wovon ich rede und ich bin mir sicher wenn ich jetzt hier frage was ist der sinn deines lebens dass die meisten zumindest die die sich nicht intensiv mit religion beschäftigt haben beziehungsweise nicht intensiv mit dem islam beschäftigt haben dass sie nicht außerhalb dieser vier kategorien liegen mit der angabe für ihren sinn im leben deswegen frage ich jetzt und jeder soll das für sich selber beantworten ohne aufzuzeigen ich frage was der sinn deines lebens was ist der sinn ihres lebens und dann warte ich mal kurz ich zähle bis zehn und dann soll sich jeder mal seine antwort soll soll seine antwort dann im herzen tragen was ist deine antwort was ist der sinn deines lebens eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn und ich bin davon überzeugt aus erfahrung aus der sinn der jetzt im herzen vorhanden ist oder der unsinn oder je nachdem ja der wird nicht aus diesen vier kategorien rausgehen der erste sinn den die menschen angeben oder die erste antwort die die menschen angeben auf die frage nach dem sinn ihres lebens ist keine ahnung und das ist vielleicht was fünf die antwort die 95 prozent der menschen geben ich habe mal einen in köln gefragt was der sinn eines lebens hat er gesagt das würde ich auch gerne wissen auf köln und das ist aber eine ehrliche antwort alhamdulillah diese antwort ist eine ehrliche antwort weil viele andere die geben irgendetwas an damit sie nicht ohne antwort dastehen weil man will ja nicht gerne zugeben dass man keinen sinn im leben hat aber wie gesagt 95 prozent der menschen sagen keine ahnung und natürlich es ist kein geheimnis für uns dass jemand der keinen sinn im leben hat dass es ihm schwerfallen muss ein glückliches leben zu führen weil egal was du tust wenn du in die schule gehst wenn du irgendetwas machst das hat alles seinen sinn wenn du ein haus baust du brauchst das haus um einzuziehen oder wenn du fragst warum baust du dein haus würde mich sagen weiß ich auch nicht weil keine ahnung das gibt es nicht und wie kannst du mit diesem bewusstsein leben glücklich leben mit dem bewusstsein keinen sinn im leben zu haben und wer ehrlich zu sich selber ist der wird sagen ja es ist richtig der zweite der zweite sind der angegeben wird üblicherweise ich könnte jetzt noch tiefer auf diese auf diese frage auf diese antwort eingehen der zweite sind der angegeben wird der ist eng verwandt mit dem ersten so genannten sinn nämlich kein sinn zu haben ist dass jemand sagt mein sinn im leben ist spaß haben spaß man die jumpin fallschirmspringen oder baller man sechs und so aber ganz ehrlich gesagt eigentlich diese antwort die ist sehr eng verwandt mit der ersten antwort warum weil er weiß eigentlich auch nicht was der sinn in seinem leben ist und da fällt ihm nichts besseres ein als zu sagen ja okay wenn ich dann sagt er sich zu sich selber wenn ich spaß habe habe ich spaß also ist spaß der sinn meines lebens und die persönliche erfahrung die ich gemacht habe und die sicherlich auch viele von euch oder viele von ihnen gemacht haben ist dass die menschen die diese antwort geben kurz vor der zerstörung liegen man braucht sich nur weil jemand der sagt spaß ist der sinn meines lebens was wird er sagen erstmal jeden moment in seinem leben wo er keinen spaß hat der war umsonst den wird er bereuen dann hört man den spruch den slogan ich darf ja nichts vom leben verpassen samstags die disco sonntags die andere disco montags fahren wir nach holland in die disco das ist zumindest bei uns im rheinland der fall ja und dann muss ich mir den spaß erzwingen wenn der spaß nicht kommt muss ich mir den spaß erzwingen ich gehe in die disco also ich nicht aber so als beispiel und ich fühle mich gerade nicht so gut ich habe den kick gerade nicht wie kriege ich den kick denn jetzt ich will ich will gerne ein er will gerne ein mädchen kennenlernen aber kriegt gerade die zähne nicht auseinander dann muss er sich etwa eintrinken damit er locker wird damit die muskeln locker werden dann nimmt er sich ein pillchen damit er gut drauf ist dann fängt er an zu tanzen auf die technomusik ja und wenn du ihn dann fragst okay du hast in deinem leben der sinn eines lebens ist spaß das sind meistens die leute die wirkliche und unglücklich sind von allen weil in seinem bewusstsein wie ich eben schon erwähnt habe ist es immer so dass er sich sagt ich habe irgendetwas verpasst und das ist eine weisheit auch vom diesseitigen leben denn du kannst das diesseitige leben niemals 100 prozent genießen du wirst irgendwo urlaub fahren es wird irgendein makel geben nach zwei wochen in dem urlaub denkst du auch ich will gerne wieder nach hause und freust du zu hause ankommst mit deiner frau du wirst irgendwann mal streit mit ihr haben so ist der lauf der dinge das heißt du wirst das leben automatisch wenn spaß der sinn des lebens ist wirst du das leben minderwertig ansehen weil das ist der sinn deines lebens spaß wie warum hast du das verpasst und du siehst tatsächlich leute die sich sagen ich darf im leben nichts verpassen und es ist kein witz das ist etwas was wahrscheinlich die meisten jungen leute von uns wissen ich muss das alles mal gemacht haben bungee jumping dies das und so weiter jetzt wird vielleicht jemand sagt ach was erzählt er dann das ist nicht kein abstraktes gelaber das ist die realität das ist das was wir um uns herumsehen man braucht sich nun die medien anzuschauen womit wird dort werbung gemacht man redet nicht umsonst von spaßgesellschaft das sind nicht meine worte fazit derjenige der das als sinn im leben angibt hat auch keinen sinn weil der spaß wird spätestens aufhören wenn er mit 85 jahren zu hause an seinem bett gefesselt kriegt keiner ihn besuchen kommt und er gar nicht mehr weiß wofür er lebt nur noch wartet bis der tod kommt und davon haben wir in deutschland millionenfälle nicht hunderte nicht tausende millionen die so leben nächste fall und übrigens um es noch zu erwähnen glaube ich will mal gerne eine ich würde gerne eine studie sehen von denjenigen von den tausenden in deutschland die sich nach der disco mit ihrer karosserie um den baum gedreht haben und vielleicht querschnittsgelähmt aus dem autounfall herausgehen weil sie besoffen gewesen sind betrunken und ich will gerne sehen fragen was war der sinn vor in deinem leben und glaubst mir du wirst sehen zu 90 prozent sie werden sagen der sinn in meinem leben ist spaß da ist sogar diese sache riskiere das war der zweite sinn der dritte sinn ist dem viele angeben das ist dann schon eine etwas tiefgründigere antwort aber auch nicht tiefgründig genug wie gesagt soll sich keine beleidigung vorfinden soll jeder selber drüber nachdenken weil wie gesagt das nicht weil ich besonders besonders schlau bin oder so sondern sind meine gedanken das ist meine erfahrung weil ich halt mal ein bisschen zeit gehabt habe mich damit auseinanderzusetzen also ich bin nicht zu dem wissen gekommen so das wissen ist zu mir gekommen in dem sinne ja oder oder diese eindrücke sagen wir mal lieber nicht das wissen diese eindrücke der nächste punkt ist was viele leute angeben als sinn ihres lebens ist dann weil spaß wird sich wieder so ein bisschen primitiv an dann sagen sie ja der sinn meines lebens ist zufriedenheit glücklich sein aber zufriedenheit glücklich sein das ist schön oder wir muslime wir wollen auch glücklich und zufrieden sein aber wie definiert sich erstmal zufrieden sein und glücklich sein und zweitens hat das leben eine eines jeden menschen eine tendenz von jedem menschen das leben hat ein hoch und ein tief und geht hoch und runter es kommen probleme auf einen zu deswegen zufrieden sein glücklich sein ist auch nicht der sinn eines lebens es ist ein zustand und wir als muslime wollen auch glücklich und zufrieden sein wir als muslime wollen übrigens auch spaß haben spaß haben ist in der religion nicht verboten also steht nirgendwo geschrieben ein muslim muss so durch die welt gehen immer böse gucken damit die leute auch angst bekommen nein das ist quatsch sondern muslim kann spaß haben aber erlaubt nicht spaß nicht besoffen unter der theke liegen am nächsten tag kopfschmerzen haben oder ins bordell fahren ja aber erlaubt nicht spaß der nächste punkt ist ja zufrieden sein glücklich sein und zufrieden sein glücklich sein ist so als da könnte man das beispiel geben von jemand der in die schule geht und sagt dass der sinn der schule ist freunde kennenlernen zufrieden sein ist das der sinn der schule nein der sinn der schule ist dass du in der schule etwas lernst und danach einen nutzen davon hast zum beispiel ein gutes ein gutes abschlusszeugnis bekommst beziehungsweise eine beziehungsweise eine allgemeinbildung erwirbt das ist in der schule das heißt das ziel kommt danach der nächste punkt ist wenn einige angeben ist das ist auch etwas was viele leute angeben das ist irgendein sinn verbunden mach mal die kamera aus und sehen die meine haare unter der mütze ist irgendein sinn verbunden mit familie hobby beruf ein sinn verbunden mit familie hobby beruf glaubt mir weiß wie viele leute du fragen wirst ihr könnt das ruhig mal ausprobieren so viele leute die den vortrag gesehen haben die haben halt die haben das ausprobiert und sie haben gesagt subhanallah es stimmt wirklich was du sagst es sind immer diese vier kategorien familie hobby beruf was familie angeht so sagen wir natürlich die familie ist eine sache ist eine angelegenheit jeder wird gerne eine glückliche familie haben jeder will gerne ein glücklicher familienvater sein oder ein guter familienvater oder eine gute mutter und das sollte auch die aufgabe eines muslims sein nicht in der spielhalle sitzen oder im café kaffee trinken kommt die frau die frau sitzt zu hause und der mann sitzt im café und die frauen kommen vorbei und ist am gucken und ist am pfeifen ja sondern es ist natürlich eine aufgabe um gerade eines muslims ein guter familienvater zu sein das alles schön das alles gut und schön oder ein beruf ist eine notwendigkeit das heißt jeder mensch außer diejenigen die arbeitslos sind aber jeder mensch möchte irgendwie einen beruf haben ja damit er sind weil das eine notwendigkeit um dein leben zu finanzieren das ist der grund den allah gemacht hat allah hat bestimmt du sollst arbeiten gehen damit du geld verdienen sind damit deine familie versorgen kannst beziehungsweise selber versuchen kann eine normale sache und natürlich solltest du in deiner arbeit jemand sein der die arbeit ernst nimmt weil ansonsten kannst du keine leistung bringen wenn du ein arzt bist dann musst du jemand sein der den beruf ernst ist wenn du ein lehrer bist solltest du diesen beruf ernst nehmen egal sogar in dem kleinsten job solltest du diese sache ernst nehmen das ist eine normale sache oder ein hobby die meisten menschen die meisten von uns haben ein bestimmtes hobby oder ist das verboten es sei denn kommt darauf an was für ein hobby ist ja verschiedene hobbys zum beispiel es gibt zum beispiel leute die haben das hobby die gehen dann die gehen dann in den wald wenn die frösche da sind die blasen die frösche auf bis die sterben solche leute gibt es so was wäre zum beispiel ein hobby was verboten ist im islam und das alles schön aber dieses wieder genau so und da kann man wieder das beispiel geben von der schule das ist so als wenn du jemand hast du fragst ihn was ist der sinn der schule er sagt dass in der schule ist biologie und andere sagt der stunde ist schule ist deutsch und der nächste sagt der sinn der schule ist mathematik genauso wie jemanden fragst du was ist der sinn deines lebens ja mein ich bin ein guter doch ich will ein guter arzt sein ich will ein guter architekt sein und so weiter genau dasselbe aber diese dinge wie in der schule dein fach dein lieblingsfach das fach in dem gut ist es kein nicht der sinn der schule das ist etwas wo gott wie ein besonderes talent gegeben hat was sollst du mit diesem talent machen du sollst dieses talent nutzen weil gott hat dir dieses talent nicht umsonst gegeben aber es ist nicht der sinn sondern der sinn ist dass du aus der schule raus gehst mit einem abschluss zeugnis beziehungsweise mit einer allgemeinen bildung und so ist es auch im leben wenn wir nachher drauf kommen das heißt dieser punkt familie hobby beruf ist kein sinn es ist nur ein bestimmtes talent eine bestimmte aufgabe etwas was die spaß macht und wir als muslime damit ich nachher nicht vergessen wir können spaß haben bei unserem sinn im leben zu dem wir gleich kommen wir können gleichzeitig werden werden glücklich und zufrieden sein und gleichzeitig können wir einen beruf haben den wir ernst nehmen ein hobby haben das wir lieben und eine familie haben um die wir uns richtig kümmern sollen wo wir ein guter familienvater bzw eine gute mutter sein sollen kein problem aber das ist alles kein sinn das sind wie gesagt alles zustände ich hoffe dass das rübergekommen ist jetzt fragt man sich als allererstes subhanallah gepriesen sei gott du fragst so viele menschen nach dem sinn im leben und keiner kann dir eine antwort geben woran liegt das wenn ich irgendjemand frage nach dem sinn warum baust du dein haus jeder wird sagen ja ich baue das haus und später einzuziehen oder um es zu vermieden jeder kann die eine antwort geben wenn ich frage warum ist nun sollte um nährstoffe aufzunehmen das ist eine notwendigkeit um zu überleben wir müssen kohlenhydrate eiweiße fette vitamine mineralien zu uns nehmen jeder wird das sagen wenn ich jemand frage warum schläfst du warum schläf was der sinn des schlafens aus vielleicht der langen schläfer ich würde sagen mich gut träume aber der sinn des schlafens jeder normale mensch wird sagen um sich auszuruhen eine notwendigkeit ein körperliches bedürfnis ein körperliches bedürfnis was man erfüllen muss so kannst warum atmest du damit ich sauerstoff aufnehmen so kannst du hunderte fragen stellen und kannst den hunderte verschiedene menschen mit verschiedenen sprachen an verschiedenen orten der welt stellen jeder wird die dieselbe antwort geben mit der ein oder anderen abweichung aber die geben die alle dieselbe antwort warum wenn ich nach dem sinn im leben frage hat keiner einen wirklichen sinn oder was heißt keiner oder die meisten können wir keinen wirklichen sinn angeben und oder jeder gibt irgendeine andere sache an woran liegt das weil wir sind im leben ist ja auch eine notwendigkeit für einen menschen und hier gibt es zwei gründe die dazu führen dass der mensch keinen sinn findet in seinem leben der erste grund ist und der ist vor allen dingen heute präsent in der heutigen zeit ist dass der glaube an gott verloren gegangen ist und der zweite grund ist dass die göttliche recht leitung nicht wahrgenommen wird denn derjenige der uns erschaffen hat der wird natürlich logischerweise auch die antwort darauf haben was der sinn in unserem leben ist und an dieser stelle fangen wir als allererstes mal an darüber zu reden über die zweifel die erweckt werden bezüglich der existenz gottes existenz eines schöpfer gottes aber der anmessige gott macht uns im koran an vielen stellen darauf aufmerksam in vielen versen des korans darauf aufmerksam auf die schöpfung des himmels der erden auf die schöpfung der bäume auf die schöpfung von uns selber auf die schöpfung auf die meere auf die berge auf die sonne auf die stern er macht uns auf diese schöpfung aufmerksam und weist daraufhin an vielen versen im koran dass diese dinge nicht aus einem zufall entstanden sein können warum wenn wir die welt genau betrachten schau dir das universum an schau dir an wie perfekt aufeinander abgestimmt beispielsweise der abstand zwischen erde und sonne ist wenn die sonne nur ein stückchen weiter entfernt ist von der erde wird alles erfrieren kann kein leben entstehen ist die sonne nur ein stück zu nah an der erde heran wird alles verbrennen wird alles verdunsten dann schau dir an die siedeltemperatur vom wasser diese ganzen dinge sind so perfekt aufeinander abgestimmt schau dir das universum an dieser planet sagt man ist ein planet in diesem sonnensystem und dieses sonnensystem ist schon für uns unbegreiflich groß und dieses sonnensystem ist eines von millionen konstellation der müllstraße diese müllstraße eine von millionen milchstraße der galaxie man sagt es gibt millionen aber millionen von galaxien und noch mehr und das ist vielleicht gerade mal der erste himmel war allah spricht im koran dass er sieben himmel erschaffen hat und er sagt in einem vers in surah 67 war der katze jenner dunia bima sabi wir haben den himmel der erde mit lampen geschmückt also die sterne wie lampen wirken dass wir nachts etwas sehen können und das ist der himmel von der dunia von der disai von 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 der disai im welt das heißt wir können davon ausgehen dass es noch mehrere himmel gibt wo vielleicht keine lampen sind dass das vielleicht gerade mal diese galaxie wo die sterne sehen gerade mal der erste himmel ist gepriesen sei gott überleg dir jetzt diese perfekte konstellation wie alles aufeinander abgestimmt ist hast du das zustande gemacht oder ist das ein kann das ein zufall sein wenn wir eine uhr haben und die läuft nach mars wird keine auf die idee kommt zu sagen die hat sich das staubteil schon zusammengesetzt aber die uhr des universums wie die planeten konstellation perfekt aufeinander abgestimmt ist es eine viel kompliziertere uhr als irgendeine hoch eine uhr die wir in diesem jahrhundert hergestellt haben schauen wir uns unseren körper an unser körper das menschliche gehören wie es informationen innerhalb von millionen sekunden speichert verarbeitet weiterleitet von dem gehören werden dinge werden dinge organisiert werden dinge geleitet natürlich im ultimativen sinne von gott selber über die du gar nicht nachdenkst denken wir deine nieren nach deine nieren innerhalb derselben zeit hunderte chemische analysen die kläranlage des körpers und die arbeitete ein tag aus 50 60 70 jahre dein herz punkt das blut durch den körper 50 60 70 jahre subhanallah deine augen die menschliche video kamera wenn jemand auf der straße eine videokamera sehen finden würde man würde zu ihm sagen ja ich sehe keinen der die videokamera gebaut hat die hat sich bestimmt aus staubteilchen zusammengesetzt was los mit dir das ist mit unserer videokamera die augen ich schaue jetzt auf das mikrofon eine zehntel sekunde später schaue ich hinten an die wand die augen stellen sich darauf einstellen sich auf farben ein diese farben diese bilder werden im gehirn verarbeitet so dass ich bilder sehen wie kompliziert ist das bekommt das her wer hat das gemacht was steckt dahinter wenn wir nicht mal akzeptieren können dass so ein billiges mikrofon hier ich möchte nicht in herstellung des mikrofons beleidigen nicht ohne einen schöpfer entstanden sein kann wie können wir akzeptieren dass wir selber entstanden sind durch einen zufall ich habe vor kurzem mit jemandem geredet um genau zu sein vorgästern da meinte jemand zu mir ist skeptisch bezüglich der existenz von gott und er glaubt das leben ist durch einen zufall entstanden ich habe zu ihm gesagt du bist skeptisch gegenüber der existenz von gott da musst du ja als recht skeptisch sein dass so etwas entstanden ist aus dem nichts wenn ich zehn murmel in eine tüte tour und rühre diese und schüttel diese tüte und sage zu dir komm hol murmel nummer eins raus also ich habe die murmel nummeriert eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn holmer nummer eins raus und tatsächlich ergreift rein und er hat nummer nummer eins jetzt holt nummer zwei und er schaut nicht rein greift rein und nummer zwei und dann nummer drei und nummer vier und nummer fünf bis zehn wisst ihr was jetzt wisst ihr was die wahrscheinlichkeit dafür ist dass er die alle zehn in einer reihe von raus holt 26 millionen zu eins kannst du das vorstellen was ist jetzt die wahrscheinlichkeit und das sollte man sich dessen sollte man sich bewusst sein für das zufällige entstehen einer boeing 747 was ist die wahrscheinlichkeit wissenschaftler sagen wissenschaftler ist nicht von mir sage eine einzige menschliche zelle denn wenn viele von uns haben bestimmt genetik auch in der schule gehabt und haben auch gelernt wie eine zelle aufgebaut wie chromosomen aus chromosomen aufgebaut sind und so weiter ja zellenbiologie und so weiter und man man weiß die bestehen aus mittwoch von drehen eine zelle ist eigentlich aufgebaut wie eine fabrikanlage welche stoffe gehen rein welche stoffe gehen raus und so weiter unheimlich kompliziert die wissenschaftler sagen das zufällige entstehen einer einzigen menschlichen zelle ist so als wenn über einen schrottplatz ein wirbelwind weht und dann bauen sich die schrottteile willkürlich zufällig zu einer boeing startklaren boeing 747 zusammen ist das rational oder ist das irrational das ist total irrational das heißt und das ist das was gott im koran sagt dass gott uns in diesen zeichen im wechsel im wechsel von tag und nacht in der schöpfung der himmel und der erden uns selber zeichen gegeben hat für seine existenz ganz deutlich wer wirklich zu sich ehrlich ist und natürlich wir haben es nicht nur mit tatsachen zu tun wie diesen wir haben es auch noch mit zeugenaussagen zu tun also wenn man einen mord sehen würde da ist eine leicht zerstückelt ja dann wird man sagen oder dem muss jemand getötet haben das messer steckt noch in der in der im herzen muss jemand getötet haben oder so jetzt hast du einen zeugen der sagt ich habe diesen mann gesehen der ist dort hingegangen vor einem gericht in deutschland wie würde der fall ausgehen und du findest die fingerabdrücke von diesem mann auf dem messer würde dieser mann mit einem freispruch weggehen nein und wir sehen überall in der schöpfung die zeichen vom allmächtigen gottes der allmächtige ist der allwissend ist überall jetzt was haben wir noch dazu wir haben auch noch ist auch noch mit zeugen zu tun nicht mit einem nicht mit zwei mit über hunderttausend zeugen mit den propheten denn wir muslime wissen durch den koran das oder der allmächtige gott berichteten koran das nicht nur profil gesandt worden sind unten palästina mesopotamien ägypten arabien sondern dass propheten gesandt worden sind zu jedem folge in der welt mit einer botschaft dient gott allein und vermeidet die anbetung der anderen diese hunderttausenden diese hundert über hunderttausend propheten waren zeugen dafür weil sie eine offenbarung direkt offenbarung bekommen haben die rechtstaffenden menschen die es heute noch gibt sind zeugen dafür jetzt fragen wir uns okay was haben die leute davon gehabt zu predigen von der existenz gottes was hat moses davon gehabt dass der pharao in jagt und er vor dem meer steht und er das meer teilt aber sie hätten fast bekommen und vernichtet was hat jesus davon gehabt dass sie ihn gejagt dass das in die botschaft von gott gebracht hat dass sie ihn versucht haben zu töten ist nicht getötet worden gott hat ihn gerettet alhamdulillah weil jesus nicht am kreuz gestorben weil ein prophet sagt nicht am kreuz mein gott mein gott warum hast du mich verlassen ein prophet würde sowas niemals sagen geschweige denn der sohn gottes der gekommen wäre um getötet zu werden muhammad was hat er davon gehabt er war vor dem islam reich nach dem islam was wo hat er gelebt in einer lehmhütte auf seinem auf der palmenfaser matratze hat er geschlafen dass er abdrücke von der matratze auf seinem gesicht hatte und manchmal nicht zu essen hatte subhanallah das sind auch noch die zeugen das heißt die sache ist ganz eindeutig für die existenz wortes und da gibt es gar keinen zweifel jetzt kommen natürlich noch leute mit zweifeln und ich sage bewusst mit zweifeln denn es ist kein mensch da es gibt keinen menschen der sagen kann es gibt kein ich weiß 100 prozent dass es kein gott gibt gibt es kein es gibt nur leute die sagen können ich zweifel daran und da gibt es meistens drei gründe drei zweifeln erstes ich habe ihn noch nicht gesehen das ist unsere antwort darauf ganz einfach unsere antwort ist ich habe ihn auch noch nicht gesehen warum weil allah sagt doch im koran ganz deutlich dass wir ihn im diesseits nicht sehen können in ihm die blicke nicht wahr aber er nimmt die blicke wahr subhanallah also dann ist schon mal klar das ist kein widerspruch zu der nicht existenz gott das spricht nicht ist kein beweis für die nicht existenz gottes und übrigens haben wir es mit tausenden millionen sachen zu tun von denen wir gehört haben an die wir glauben und die wir nie gesehen haben das schon mal strom gesehen ne du siehst das nicht aber den strom siehst du nicht weil strom ist unsichtbar für dich du kannst es wahrnehmen durch das licht was du siehst durch das was der strom erzeugt aber genauso kannst du auch gott wahrnehmen indem du siehst was der schöpfer erschaffen hat viele linge liebe du siehst die ausdruck auswirkung von lieber ist etwas was man nicht sehen kann intelligent ist es ist die auswirkung von dir ganz aber selber intelligenz kannst du mich sehen und viele sachen geschichtliche sachen historische sachen von denen du gehört hast die du glaubst du nicht gesehen hast oder hat jemand caesar juli caeser gesehen hat von ihm gehört man sieht die zeichen von ihm man sieht in den schriften es wird geschrieben in gab es aber warum war es kein märchen gewesen aber hier sehen wir die schrift hier sehen wir das ergebnis vom schöpfer die schöpfung tausende beispiel also das war punkt eins punkt zwei ist jemand sagt wenn es gott gibt warum gibt es dann so viele ungerechtigkeiten in der welt und dies erst mal kein beweis dass es keinen gott gibt dies ist nur ein beweis dafür dass du die wege von gott nicht erkannt hast weil du hast immer gehört der liebe gott 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 und dann denkst du warum passiert dann warum kommt es zu einem erdbeben warum kommt es zu einer flut warum haben menschen krankheiten warum gibt es raub mord diebstahl warum das ist eine frage die man sich stellt das nicht ich werde dieses thema heute nicht intensiv angreifen oder durchgehen nur einige punkte dazu erwähnen das kann natürlich dann niemand verstehen es hat einmal eine theologin gesagt eine theologin nach dem tsunami unglück da hat sie gesagt wenn ich gott begegnen werde am jüngsten tag dann wäre dann sollte er sich warm anziehen sparen da siehst du dass manche leute einfach gar nicht wissen mit wem sie es zu tun haben die sache ist ganz einfach gott hat das gute und das schlechte erschaffen aber das schlechte macht ihm nicht zugeschrieben weil das schlechte was er erschaffen hat oder das was uns schlecht erscheint hat einen guten sinn hinter sich welchen beispielsweise krankheit wenn es ist der positive effekt von krankheit beispielsweise dass du antikörper entwickelst beispielsweise dass du kennenlernst dass du die gnade kennenlernst dass du gesund bist hättest du die krankheit erhältst du die gesundheit erkannt wenn du niemals krank gewesen wärst was ist mit bestrafungen die passiert sind auch in der damaligen zeit wo gott beispielsweise das volk von lud zerstört hat dadurch siehst du dass du nach den prinzipien von gott leben muss ist eine lehre für dich beispielsweise dass der satan erschaffen worden ist der satan ist schlecht oder aber wenn es den satan nicht gäbe gäbe es niemanden der sich gegen den satan auflehnt der gegen den satan kämpft und diese ganzen weisheit das könnte man noch tiefgründiger angehen das thema aber eine sache ganz einfach eine sache die man auch verstehen muss das diesseitige leben ist nicht das leben für der gerechtigkeit das sagt allah im koran allah sind voran allah 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 heute wird keiner siele unrecht getan und es wird jedem nur das von gold was er getan hat das spricht vom jüngsten tag denn das problem der meisten leute ist dass sie sagen es gibt ungerechtigkeit ist weil ihr sinn im leben wie schon gesagt habe auf das diesseitige leben fixiert ist und daher sagen sie wacht mal mein sinn im leben ist spaß haben zufrieden sein dies das warum hat gott mich nicht erschaffen dass ich ewig lebe dass ich nie krank bin dass ich einfach zufrieden bin dies aber das ist nicht das schema von gott denn gott sagt im koran der leben und tot er schafft man nur auf die probe zu stellen wer die besten taten macht ist nicht meine erfindung das ist die erfindung das ist das was der allmächtige gott bestimmt hat und wenn du dieses prinzip verstanden hast und wenn du verstanden hast dass derjenige denn diesseits am unglücklichsten gelebt hat wenn er auch nur eine zehntel sekunde ins paradies eingeht dass gott ihn für alles entschädigen kann und dass derjenige denn diese welt ein übeltäter war und der mit der mit seinem leben davon gekommen ist und mit seinem reichtum davon gekommen ist und mit seinen schlechten taten davon gekommen ist und von den menschen sogar noch geehrt wurde und 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 als edel angesehen wurde wenn du weißt dass gott in dem jenseits für alle ewigkeit bestrafen kann und wenn er nur eine sekunde eine zehntel sekunde in die helle geht alles von seinen gnaden gaben im diesseits vergessen wird dann gibt es keinen widerspruch mehr zwischen der existenz des allmächtigen gottes und zwischen dem was wir offensichtlich sehen zwischen ungerechtigkeiten in dieser welt das ist die antwort andere leute sagen nein gott wollte nicht das unglück passiert deswegen sind so viele leute vom glauben abgefallen gott wollte nicht dass es krankheiten gibt dann frage ich gott wollte nicht dass du etwas dass etwas passiert dann frage ich dich wer wollte das denn dann sagt er der satan wollte dass sich der satan wollte dass dann musst du den satan anbeten weil der satan wollte das und gott wollte das nicht dann haben wir dann sieht es so aus wie gesagt gott ist gut und alles was er schafft hat einen guten sinn hinter sich auch wenn es offensichtlich für uns zwischen gut und schlecht zwischen gut und böse unterschieden wird der nächste der dritte der dritte der dritte grund ist für die zweifler der dritte und für die zweifler ist das gesagt wird weil ich habe ja gesagt es gibt niemand der sich voll überzeugt sein kann dass gott nicht gibt wie gesagt nur einige leute haben das wesen von gott nicht verstanden der dritte punkt den sie erwähnen ist das wunsch der wunschkonzert und ja ich glaube nicht an gott weil meine 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 katze die ist gestorben als ich zehn jahre war die ist plattgefahren worden vom lkw deswegen glaube ich nicht an gott das eng verwandt mit dem zweiten grund aber so viele leute wenn es gott gibt warum bin ich kein millionen original so was habe ich schon gehört warum weil dieser mensch wieder im sinn seines lebens wobei dass der strom ist ausgefallen sie wollen uns überfallen sie wollen uns holen hallo es geht wieder haben sehr gut warum weil sie wieder mit dem sinn ihres lebens auf das diesseits fixiert sind und sagen ja sie müssen reich sein schön sein cool sein auto haben haus haben frauen haben dies haben geld haben auf weltreise mache und ich schaffe das nicht ja gott ist doch lieb warum hat man ist das nicht passiert vielleicht ist es für dich gar nicht gut dass du die weltreise machst vielleicht hättest du auf dieser weltreise etwas schlechtes gemacht vielleicht ist es für dich gar nicht gut dass du reich geworden bist vielleicht hättest du dein geld benutzt für dinge die schlecht sind vielleicht ist es für dich gar nicht gut das dicke auto zu haben weil vielleicht wirst du damit hochmütig geworden und wer ist die klippen herabgefahren haben der lilla deswegen du weißt nie welche weisheit hinter dem steckt was gott die gegeben hat und was er dem nicht gegeben hat dann haben die lilla hier gibt es also keinen zweifel mehr für die existenz gottes jetzt fragen wir uns natürlich als nächstes wenn es gott gibt und es gibt gott und er hat uns menschen mit einer bestimmten natur erschaffen mit bestimmten fähigkeiten erschaffen dass wir fragen wo kommen wir her wo gehen wir hin was ist der sinn unseres lebens und gott hat das nicht umsonst erschaffen sondern steckt ein sinn hinter und dass wir diese dieses bewusstsein haben nach diesen fragen zu fragen zeigt dass es für diese fragen eine antwort geben muss wo finden wir jetzt diese antworten wo finden wir die antwort darauf wir sagen ganz deutlich gott hat uns nicht in der führung gelassen sondern er hat zu jeder zeit gesandte gehabt oder hat der erste prophet gottes war adams gewesen derjenige der die vor dem schiff das erste mal der schiff die viel götterei aufgetreten ist gewarnt hat weil der erste war nur nur alle salam und so kamen die profeten zu verschiedenen zeiten an verschiedenen orten und das ist auch unsere antwort warum es so viele verschiedene religionen gibt denn wir sagen dass wir können das natürlich nicht bei allen religionen bezeugen aber wir sagen dass die meisten religionen einen wahren kern haben das vielleicht ursprünglich ein prophet dort gewesen ist der verkündet hat dienen gott alleine vermeide die anbetung der falschen götter so wie gott sagt in suche 16 vers 36 wir haben in jeder gemeinschaft gesandte geweckt dass sie die menschen lehren dient dem einen waren gott allein und vermeidet die anbetung der falschen götter dient dem schöpfer nicht der schöpfung aber was haben die menschen daraus gemacht sie haben daraus die religion verändert du findest beispielsweise monotheistische strukturen beispielsweise in religionen der afrikaner die heutzutage oder was heißt afrika gibt es so viele christen und juden und muslime auch aber du findest bei den sagen wir mal bei den stammes religionen im dschungel und so du findest dort auch monotheistische strukturen dass es dort den glauben gibt wir dienen zwar götzen aber wir glauben da gibt es einen obergott und dieses übrigens wo viele menschen heutzutage die sich monotheistisch nennen auch in die falle gefallen sind sie beten sagen gott hat unser schaffen aber wir haben einen gott der ist unser schöpfer ein gott der ist unser retter ein gott und so weiter ist die göttliche kraft oder sie sagen wenn wir etwas verloren haben bieten wir zudem wenn wir etwas wenn wir auf die reise gehen wir zudem und 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 wenn wir regen haben wollen schönes wetter haben wollen bieten wir zudem es ist genau dasselbe prinzip wie bei diesen religionen die als götzendienst angesehen werden genau dasselbe grün wir sagen als muslime wenn wir beten bin wenn ich zu hamad nicht zu jesus nicht zu maria nicht zu moses nicht zu abram sondern wir beten zu dem in den die erschaffen hat und zu dem diese menschen gebetet haben zu wem hat jesus gebetet als salam matthäus 26 vers 39 und er ging drei schritte weiter und fiel mit seinem angesicht zu boden und betete betet er zu sich selber er betet zu dem allmächlichen gott zu seinem schöpfer und wir muslime beten nun zu dem schöpfer von jesus alle ist diese strukturen um darauf zurückzukommen du findest zum beispiel in einigen afrikanischen religionen findest du strukturen die davon sprechen es gibt einen gott dem nichts gleiches und so weiter und so fort du findest bei den abogen ist eine eine religion die sagen der gott heißt ab natur und die das ist der der von nicht nicht bedürftig ist du findest im hinduismus strukturen wie zum beispiel hinduismus glaubt eigentlich an einen schöpfer gott die nennen sie wissen oder barack mal je nachdem aber sie beten verschiedene götzen für verschiedene dinge an und sagen hier ist der allmächliche gott inkarniert beziehungsweise manifestiert und so weiter und so fort aber im endeffekt in dem eigentlichen glauben glauben sie dass der schöpfer von allem ein gott ist ist dort fahren das lässt für uns die vermutung zu dass wir vermuten dass hier auch die schriften wie bagwata gita und so weiter wird im koran nicht erwähnt weh das dass das auch einen göttlichen ursprung haben kann der später verändert worden ist von menschen wir bezeugen dies nicht weil es nicht im koran steht aber wir sagen es ist möglich von den schriften von denen wir es bezeugen dass es einen göttlichen ursprung hat ist die tora und das evangelium aber worauf ich hinaus wollte ist dass der allmächliche gott immer gesandte geschickt hat mit den botschaften dass die menschen diese botschaften verändert haben wie ist es jetzt mit den führenden weltreligionen beziehungsweise in zwei führenden weltreligionen wie kommt jetzt jemand dazu ein ex christ dazu anstatt das christentum zu wählen weil ich habe gesagt wir brauchen eine göttliche botschaft wie kommt er dazu stattdessen den koran zu wählen wie kommt er dazu und hier möchte ich niemand beleidigen sondern möchte zum möchte dazu auffordern sich da selber gedanken darüber zu machen ja als allererstes ist die frage nach der authentizität der schriften der koran sagt ganz eindeutig dass tora und evangelium im ursprung göttliche bücher sind aber dass sie verändert worden sind von menschen hand viele christen haben in dieser sache ein missverständnis sie denken guck mal allah sagt doch im koran glaubt an das was vor euch herab gesandt worden ist also da müsst ihr an die bibel glauben der bibel sind einige dinge die sich von dem an dass ihr glaubt unterscheiden zum beispiel wenn man das neue testament betrachtet das alttestament die notwendigkeit des opfertodes dass gott für die sünden der menschen stirbt durch den apostel paulus definiert warum glaubt ihr nicht daran wir sagen ganz eindeutig im koran steht glaubt an das was er abgesandt worden ist aber an anderer stelle steht suche 2 vers 75 hat die hoffnung dass sie euch glauben und ein teil von ihnen hat die schrift schon gehört und verstanden und darauf wissendlich verdreht dann im selben atemzug liest du in vers 79 der selben suche verweilu lilladina jaktubu nukitabu bi aydihim fünmui akuluna herzamin indillahi liashtarau bihi femminan qalile wehe denjenigen die das buch mit ihrer eigenen hand schreiben und danach sagen dieses von gott und damit einen geringen preis zu erkaufen das ist unsere haltung gegenüber der schriften das was heute als bibel bekannt ist nur nicht dass sich jemand beleidigt vorkommt aber das unsere haltung als unserer glaube jetzt okay dann fragt man sich natürlich okay wie kann ich das beweisen mit der bibel weil vielleicht sagt jemand zu dir die meisten christine heutzutage sagen das stimmt dass die bibel ist vermischt mit gottes wort und menschen wort und so weiter die meisten katholische kirche normale protestantische kirche es gibt einige freikirchen die sagen nein ist alles wort für wort von gott inspiriert oder zeugen jehovas sagen das alles von gott inspiriert und ich habe hier eine bibel der zeugen jehovas ist eigentlich fast genau dasselbe wie die protestantische bibel weil wir es die evangelische und die katholische bibel oder die evangelischen die protestantische bibel die protestantische bibel hat sieben bücher weniger als die protestantische bibel hat 66 kapitel die evangelischen die katholische bibel hat 73 bücher weil im alten testament haben sie sieben bücher mehr die sie als authentisch akzeptiert haben die die protestanten aber nicht aus als authentisch akzeptiert haben hier ist schon ein problem für mich wenn ich christ werden wenn jemand christ werden will ja welche bibel ist jetzt richtig sind die sieben bücher authentisch oder nicht nach welchen kriterien sage ich das ist authentisch das ist nicht authentisch jetzt schaue ich mir zum beispiel an ich frage als allererstes wer hat die bibel geschrieben zu wem ist die offenbart worden und hier habe ich jetzt eine bibel von zeugen jehovas wie gesagt fast dasselbe und die haben hinten ein inhaltsverzeichnis drin wo steht wer die bücher geschrieben hat wann die aufgeschrieben worden sind wer es gewesen ist der schreiber vor 20 jahren hatten sie ein inhaltsverzeichnis hier gehabt da stand dann immer erste buch moses schreiber unbekannt zweiter buch moses schreiber unbekannt drittes buch moses schreiber unbekannt viertes buch moses schreiber unbekannt und wenn man eine einheitsübersetzung von der katholischen bibel findet da wird man auch sehen dass immer vor den kapiteln steht wer das buch geschrieben hat und man findet zum beispiel matthäus evangelium es war wahrscheinlich der zöllner von kaffernraum und das öffentlich zugegeben wird dass man sich nicht ganz sicher ist wenn die briefe geschrieben hat jetzt damals haben dann die die muslime gesagt zu ihnen wenn du einen zettel auf der straße finden würdest du draufstehen biete 40 mal am tag würdest du dann beten haben sie gesagt nee warum nicht ja ich weiß ja gar nicht wer es geschrieben hat und dann sind sie dann zu den zeugen jehovas gegangen sind ja guck mal in deiner bibel du hast das inhaltsverzeichnis genau wie die katholiken das auch sagen und du weißt ja gar nicht wer es geschrieben hat schreiber unbekannt und bekannt unbekannt unbekannt jetzt natürlich 20 30 jahre später steht natürlich hier erste buch moses schreiber moses zweit buch moses schreiber moses dritte buch moses schreiber moses vierte buch moses schreiber moses 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 ja und auf den anderen büchern auch je nachdem aber da muss man das kleingedruckte beachten zum beispiel bei psalmen steht david und andere wer sind die anderen dann steht hier hinten steht hier hinten ich will niemand beleidigen das sind meine gedanken dazu kann noch jemand eventuell andere gedanken dazu haben hier steht hier ich habe das extra markiert aber das das liest natürlich keiner hier ja die namen der schreibe einiger bücher sowie der ort ihrer niederschrift sind ungewiss viele zeitangaben sind nur andere angeben das heißt sie geben hinten zu dass eigentlich nicht sicher ist da lese ich die bibel und da steht dann im fünften buch moses deutscher unium für die die katholiken sind steht in kapitel 34 schreibt moses moses schreibt jetzt und jeder soll sich das anderen was moses schreibt bei moses ist ja der schreiber vom fünften buch moses steht ja hinten bei den zeugen jehovas danach starb moses danach starb moses der knecht gottes sie schreiben natürlich jehovas dort im land moab auf dem befehl gottes und er also gott begrub ihn also moses schreibt er wird begraben er begrub ihn dann im tal im land moab vor betr und niemand kennt sein grab bis auf den heutigen tag und es geht weiter und weiter und weiter und dann wird gesagt und die söhne israels beweihten moses dann in den wüsten ebenen moabs 30 tage lang schließlich wurden die tage des weinens der trauerzeit um moses vollendet also moses beschreibt wie die leute über ihn getrauert haben und davon gibt es viele beispiele in der bibel die ganz eindeutig zeigen für mich ich weiß nicht was man dagegen sagen will dass das nicht von moses geschrieben wurden so neue testament noch mehr dann finden wir einige sachen die sehr bedenklich sind beispielsweise im neuen testament finden wir den tod von jüngers in matthäus 27 steht vers 4 um genau zu sein dass judas nachdem er jesus angeblich verraten hat hat er geld bekommen für seinen verrat und dann hat er ein schlechtes gewissen bekommen es tat ihm weh in seinem herzen warum habe ich ihn verraten diese unschuldige seele und dann geht er zu den pharisäern in die synagoge und sagt ich will dieses geld nicht mehr haben an diesem geld ist unschuldiges blut behaftet was heißt das er will sich von dem geld nicht verkaufen richtig richtig dann sagen die pharisäer was wollen wir mit deinem geld das blut dran ist uns doch egal nach dem motto und dann nimmt er das geld und schmeißt das geld in den tempel geht hin und er hängt sich so jetzt apostelgeschichten 1 vers 18 steht judas für den verrat für die übeltat dann mit dem geld hat er sich einen acker gekauft als hat das geld nicht weggeschmissen sondern hat sich einen acker dafür gekauft und auf dem acker ist er hingestürzt und sein leib warst auseinander und seine eingeweide fielen hinaus so einmal erhangen einmal eingeweide fielen hinaus jetzt natürlich als allererst das griechische wort wir haben er hängen und wir haben aufgehangen aufgehangen heißt du hängst vielleicht bewegst dich der ast bricht und dann fällst du runter und die eingeweide fallen heraus aber erhangen heißt angestochen erstochen rein sprachlich und das griechische wort heißt erhangen erst beim hängen gestorben danach ist der körper tot weil einige wollen einem dann weiß machen dass es heißt er hat sich erhangen dann ist der ast gebrochen dann viele von über der und die eingeweide fielen dann der leib warst auseinander die eingeweide fielen aus als allererstes ist die bibel eine chronologische geschichte ist nicht wie der koran wo hier eine information ist und da eine chronologische geschichte das als allererstes zweite sache ist jetzt kommen wir aber nicht aus dem anderen problem hinaus und jeder der ehrlich ist für sich selber wird das erkennen dass hier steht dass er das geld nicht haben wollte und den pharisäern gab und hier steht er hat sich von dem geld ein acker gekauft man finden dann wird versucht ein ausweg aus diesem widerspruch zu finden dann wird gesagt ja er hat das geld er hat eigentlich den acker gekauft weil er hat den pharisäern das geld gegeben ihm die aufgabe geben diesen acker zu kaufen sowie zum beispiel ich sage zu dir bitte geht zu diesem mann kauf mir kauf mir ein kauf mir ein getränk in die tankstelle kannst du mit dem getränk kaufen ich will ja ich will kurz auf toilette gehen je nachdem beispiel das heißt ich habe es gekauft aber du hast es gekauft ja das heißt du hast das geld übergeben du hast es gekauft ich kann sagen du hast es wird auf ich kann sagen ich habe es gekauft weil du hast es in meinem auftrag gekauft aber wer ganz ehrlich ist zu sich selber sieht dass dies absolut nicht zutrifft auf diese geschichte denn er sagt nicht zu ihnen hier habt ihr das geld kauf mir bitte ein acker er sagt mit diesem geld will ich nichts zu tun haben das heißt erstmal der widerspruch ist sowieso schon mit dem erhangen er will nichts mit dem geld zu tun haben und sie sagen wir wollen auch nichts mit deinem geld zu tun haben weil in matthäus steht dann nachher dass sie diesen blutacker gekauft haben also ich will nichts damit zu tun haben das heißt er will damit nichts mehr kaufen dann hat diese diese sache gar keinen sinn und er nimmt das geld und schmeißt es im tempel das zeigen dass sie sein ganz eindeutiger widerspruch ist von drei seiten erstens erhangen hingefallen zweite sache geldübergabe und wer hat den acker gekauft drei punkte punkt andere sache jesus um nur ein beispiel noch zu nennen im matthäus evangelium steht dass jesus andeutet dass elia schon wieder geboren ist und die jünger verstanden dass es johannes der täufer war dann steht später erster johannes steht johannes wird gefragt johannes der täufer bist du der christus christus heißt der gesalbte auf griechisch christus der messias er sagt nein ich bin es nicht und da ein prophet ist wird natürlich wissen wer ist bist du der elias er sagt nein das bin ich auch nicht das heißt er widerspricht ihm weiß er nicht warum er gesandt worden ist und dann kommt noch eine dritte frage wenn wir einige punkte davon ernst nehmen müssen er wird gefragt bist du der prophet hier nur ein gedankenschluss für die nicht muslime wer ist denn der prophet an den die jugend geglaubt an dass er kommen soll wer ist nicht ein prophet bist du ein prophet sondern bist du der prophet das ist muhammad sallallahu alaihi wassallam das nur dazu deswegen habe ich für mich dieses buch die bibel obwohl so viele weisheiten drin sind obwohl so viele wahre dinge drin sind obwohl es so vielen menschen geholfen hat ein gutes leben zu führen auf seite gelegt und habe in dem koran gesucht habe mir diesen buch durchgelesen dreimal bevor ich muslim geworden bin die bibel auch noch mal durchgelesen und warum habe ich dieses buch akzeptiert weil dieses buch alhamdulillah berichte hat prophezeiung hat gibt es auch in der bibel weil keine widersprüche drin vorkommen weil wissenschaftliche wunder drin vorkommen im koran steht beispielsweise wir haben das eisen herab gesandt die moderne wissenschaft hat festgestellt dass das eisen aus dem äußeren weltraum kommt woher konnte muhammad das wissen im koran steht drin dass der embryo aussieht in einem stadium wie ein blutegel das kann man nur mit dem mikroskop sehen woher konnte muhammad das wissen hat der mikroskop steht aus dass er danach aussieht wie ein mutrader das ist wie ein fleischstück auf das man getaut hat woher konnte muhammad das wissen und viele viele andere sachen viele viele andere punkte heute ist nicht das thema wunder im koran sondern allgemein keine widersprüche und dieses buch gibt eine eine antwort darauf warum gibt es viele religionen und gibt dir die antwort auf den sinn des lebens wenn wir darauf zurückgehen dass wir sagen gott hat dies alles erschaffen hat dich erschaffen hat die umwelt erschaffen hat das leben erschaffen hat die sterne erschaffen hat alles erschaffen hat dich erschaffen deine augen deine ohren deine niere deine liebe deine frau alles erschaffen dann musst du dich fragen ist dieser gott ist nicht wert dass du ihn anbetest ist dieser gott ist nicht wert dass du ihn verehrst dass du für ihn lebst und wenn du das tust er wird dich niemals in stich lassen und wenn ich dir beispielsweise 100 euro geben würde würde es zumindest danke sagen was ist mit den ganzen gnaden gaben die du hast die erkennst du nicht du sagst ich glaube nicht an gott weil ein armes kind in afrika das hat hat keinen nichts zu essen aber was ist mit dir das arme kind in afrika das glaubt an gott aber du nicht du hast diese gnaden gaben bekommst das ist ein widerspruch und das wird im koran genau ausgedrückt der koran sagt ganz deutlich versuch 51 56 ich habe die menschen die jinn nur erschaffen damit sie mir dienen wir haben gesagt drei fragen wo komme ich hier wo gehe ich hin was ist der sinn meines Lebens das koran beantwortet dies in zwei sätzen zwei wir kommen von gott und zu ihm kehren wir zurück also ihr kommt von gott und zu also dass wir von gott kommen und zu ihm zurück zurück gehen wo kommst du her wo gehst du hin was gibt es dort paradies und hölle dann wird gesagt warum wirst du erschaffen ich habe die jinn eine bestimmte art von wesen geisterwesen die wir nicht unmittelbar wahrnehmen und die menschen nur erschaffen damit sie mir dienen jetzt wird natürlich sofort jeder die frage stellen wie kann es sein gott erschafft uns damit wir ihn dienen hatte gott das bedürfnis dass wir ihm dienen ist eine logische schlussfolge eine frage die man stellt die wird auch sofort im koran auch beantwortet als allererstes müssen wir das wesen von gott verstehen einigermaßen verstehen wir können es nicht vollkommen vollkommen umfassen aber wir müssen wissen dass gott nicht irgendjemand ist wie du oder ich gott ist anders als alles was wir uns vorstellen gott sagt im koran sprich er gott ist ein einziger der ewig unabhängig von dem alles abhängig ist er hat nicht gezeugt und er wurde nicht gezeugt wir kommen alle von irgendetwas aber er hat kein anfang und kein ende und nichts ist ihm gleich das heißt wenn du etwas willst wenn du etwas zu trinken kaufst dann kaufst du das um zu trinken weil du durrst hast wenn du und wenn du es nicht bekommst dann hast du einen mangelerschein wenn du dein nachbar ein dickes auto hat trifft nicht auf jeden zu und du willst dann auch ein dickes auto weil du neidisch bist auf deinen nachbarn dann hast du ein bedürfnis was du nicht erfüllen kannst wenn du etwas essen willst oder wenn du eine frau haben willst oder einen mann je nachdem und du kriegst das nicht dann hast du einen mangel eine mangelerscheinung das ist ein mangel für dich ein verlust für dich aber das bist du das bin ich aber das ist nicht gott denn gott ist allmächtig er hat dich erschaffen um ihn zu dienen braucht er da einen gottesteins absolut nicht Allah sagt in einem heiligen hadith der allmächtige gott Gott sagt in einem heiligen hadith O meine Diener O meine Diener wenn der erste von euch und der letzte von euch und die Menschen und die Menschen und die Geisterwesen und die Menschen alle das beste Herz von den besten von euch hätten das gottesfürchte das frömmste Herz hätten das würde in meiner Macht nichts hinzufügen von meiner Herrschaft du kannst nichts wegnehmen das heißt Gott braucht dich nicht du brauchst ihn und das Problem ist nur dass viele von uns zu arrogant sind Diener hört sich für dich schlecht an aber der Islam befreit dich denn du bist jetzt Diener von so vielen Faktoren du bist Diener von dem Diener von dem Diener von deinem Nachbarn was denkt der über dich was ist mit dem was denken diese Leute über dich aber dann wenn du Islam annimmst bist du von diesen ganzen Diener von dieser von dieser Sklavenschaft von dem Sklaventum gegenüber der Schöpfung befreit und du bist nur noch Diener des Allmächtigen Gottes und wenn du Diener des Allmächtigen Gottes bist was ist der erste Nutzen den du bekommen wirst der erste Nutzen ist dass du ein glückliches Leben führen wirst Subhanallah in welchen Ländern viele reden über die islamischen Länder das soll sich keiner angegriffen fühlen in welchen Ländern ist die Selbstmordrate am niedrigsten trotz Selbstmordanschläge die islamischen Länder das sind nicht meine Worte das sind Statistiken es wird immer über die islamische Frau geredet wie sie sich fühlt wer redet darüber wie sich die islamische Frau fühlt Alice Schwarzer Angela Merkel Madonna Britney Spears Mariah Carey frag die islamische Frau wie sich die islamische Frau fühlt frag nicht mich frag meine Frau Alhamdulillah weil Glücklichkeit glücklich sein ist nicht etwas was abhängig ist von der Länge der Haare was abhängig ist von der Figur weil du hast viele Frauen die schön sind und viele Frauen die dünn sind und sich in die Bulimie essen äh was heißt essen in Bulimie hineinkommen wegen ihrem Schönheitsmann du hast viele Frauen die vielleicht schön sind aber irgendwann Selbstmord gemacht haben du hast viele Leute die vielleicht Geld haben und irgendwann einen Selbstmord gemacht haben sich mit dem oder total unglücklich sind schau dir die meisten Stars an du sagst dir als Mensch ich will kreis sein ich will glücklich sein ich will berühmt sein ich will Ruhm haben und so weiter schau dir an wie viele von den Stars subhanallah ich habe es einmal in der Zeitung gesehen Drogenabhängig sind David Haseloff alles drumherum schau dir Whitney Houston an möge Allah sie heilen möge Allah sie recht leiden schau dir Britney Spears an schau dir Mariah Carey an Mariah Carey selbst mal versucht Britney Spears keine Ahnung wie viel selbst mal versucht subhanallah das sind doch die Leute zu denen man als normaler Mensch aufschaut wo man sagt boah guck mal Erfolg schön reich aber schau dir das Ergebnis an warum weil Allah sagt im Koran das sind nicht meine Worte wer sich von unserer Rechtleitung abwandt abwendet dem werden wir ein grausames scheußliches Leben bescheren und am Yomel Qiyama werden wir ihn blind auferwecken deswegen das Glücklichsein ist etwas was vom Herzen abhängig ist und ich weiß vielleicht die Nichtmuslime werden diese Erfahrung nicht gemacht haben aber ich behaupte dies auch wenn es einigen Leuten nicht gefallen wird wer Islam richtig verstanden hat ich rede nicht von dem türkischen oder marokkanischen oder bosnischen Mädchen oder Jungen der Islam nicht verstanden hat der so gar nicht weiß worum es im Islam geht der genau dieselbe Antwort gibt auf den Sinn seines Lebens wie sein nicht muslimischer Schulkamerad oder Arbeitskollege sondern ich rede von demjenigen der die Religion bewusst praktiziert und sich bewusst ist wofür er diese Religion praktiziert frag ihn wie er sich fühlt frag ihn diese tausenden zehntausenden Jugendlichen die letztes Jahr vor zwei Jahren vor drei Jahren noch die coolsten Aufreißer in der Disco gewesen sind frag sie wie sie sich heute fühlen wo sie Islam praktizieren frag mich frag mich wie ich vor sechs Jahren war als ich zum Islam gekommen bin wie ich mich jetzt fühle Alhamdulillah vor sechs Jahren ich sage dir eins das sind wahrscheinlich viele von denen ich will das soll keine Angebereise sein weil da braucht ja gar keiner neidisch drauf zu sein nur man muss ja einfach auch mit Tatsachen mal kommen vor sechs Jahren bevor ich Islam angenommen habe war ich Profi Boxer gewesen im Sauerland Boxstall mein Trainer war Uli Wegner gewesen vielleicht kennen ihn einige der Trainer von Markus Bayer und von Sven Ottke die Boxweltmeister ich war mit diesen beiden Leuten in einem Boxstall gewesen habe gutes Geld verdient bin mit einem dicken Cabriolet mit der dicksten Muckre durch die Stadt gefahren und wenn ich am Wochenende irgendwo rausgegangen bin in die Disco oder so bin ich in jede Disco umsonst reingekommen weil mich jeder kannte viele Jugendliche werden sagen boah ist doch cool oder Respekt auf diese Art und Weise ist so und schöne Wohnung und das ganze andere Programm was dazu gehört Alhamdulillah Staffullah so aber was ist jetzt jetzt geht es mir besser und so kenne ich hunderte Beispiele kann ich dir nennen warum weil Allah sagt im Koran etwas sehr wichtiges wer Gutes tut sei er Mann oder Frau und ist gläubig dabei dem werden wir ein gutes Leben beschermen suche 16 Vers 97 ein gutes Leben beschermen und du siehst die Leute und Brüder ich kenne einige Leute aus den Ländern die arm sind achi die leben vielleicht in einer Welblechhütte aber die haben den Glauben an Allah und die haben Wissen dass der Allmächtig Gott mit ihnen ist und selbst wenn sie 70 Jahre alt sind oder 80 Jahre alt sind und 90 Jahre alt sind wo die meisten Menschen sagen ach ja es ist so schwer mir tun die Knochen weh wir machen es nicht lustig über die Leute möge Allah ihre Schmerzen nehmen und sie auf den geraden Weg führen aber in diesem Alter sagen sie Alhamdulillah Subhanallah 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 und sie sind Gott am dienen und haben jetzt in dieser Situation noch einen Sinn im Leben wo der andere nur noch auf den Tod wartet und du siehst sie mit dem Stock zum Moschee gehen blind du bist in Mekka bei der Hatsch und du siehst dort Leute die kurz davor sind zusammenzubrechen du siehst dort Leute die sind vielleicht 70, 80, 90 Jahre alt und die werden in dem Rollstuhl um die Kaba gefahren und sind am weinen achi am weinen vor Freude weil sie Gott dienen können und sagen Alhamdulillah keine Sekunde von meinem Leben ist umsonst denn jede Sekunde von meinem Leben habe ich eine Verbindung mit dem Allmächtigen Gott achi so wirst du glücklich so hat Gott dir die Glücklichkeit gegeben wenn du es verstehst wenn wir es verstehen Alhamdulillah Alhamdulillah und dass du ein Diener des Gottes Gottes bist und nicht dass Gott ein Diener von dir ist was ist dann Alhamdulillah dann wirst du ins Paradies eingehen durch die Barmherzigkeit von Gott viele denken der Islam würde glauben dass der Mensch durch seine Taten reinkommt aber die Taten alleine führen nicht ins Paradies sondern die Barmherzigkeit Gottes ist im Endeffekt das ist ein großes Missverständnis was viele Leute haben aber diese Barmherzigkeit hast du in diesem Fall was ist der Preis dafür der Preis dafür dass du das ewige Leben bekommst das Paradies viele von uns streben nach den Unmöglichen nach verschiedenen Dingen streben nach Dingen der eine strebt nach der Frau die andere strebt nach dem Mann der andere strebt nach dem Geld nach dem Vermögen nach dem dies das 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 aber Garantie hundertprozentige Garantie du wirst alles verlieren und du wirst in das Grab gelegt werden das Loch wird dort sein du wirst in das Grab gelebt werden und dann ist es vorbei und was ist dann? und wenn du diesen Weg wählst Wallahi ich schwöre bei einem Al-Masching Gott der Al-Masching Gott wird dein Grab bereit machen und du wirst die schönste Welt erleben und du wirst am jüngsten Tag ins Paradies gehen und diese Welt ist das was du dir hier gewünscht hast du hast dir hier gewünscht nicht alt zu werden nicht krank zu werden mit deiner Frau zufrieden zu sein mit deinem Mann zufrieden zu sein die schönsten die schönsten Dinge hast du dir gewünscht und was wirst du dort bekommen? ma la aynun ra'at wa la uzzinun seme'at wa la khata ala kalbi bashar wa la khata ala kalbi bashar dort hat Gott für dich vorbereitet was kein Auge gesehen hat noch ein Ohr gehört hat noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war und das ist das wie man das erreicht wie ist der Weg? der Weg ist ganz einfach du bezeugst dass Gott der Einzige ist in deinem Leben dem du dich ergeben musst den du anbetest nur ihn alleine niemand anderen Alhamdulillah vertraue auf ihn alleine und du bezeugst dass Mohammed der letzte Diener und Gesandte des Ermässigen Gottes ist der dir den Weg gezeigt hat und wenn du das machst du hast eine Garantie wenn du es mit richtigen Aufrichtigkeit machst und stirbst in diesem Zustand du hast eine Heilsgarantie dass selbst wenn du viele schlechte Taten gemacht hast wenn du es mit Aufrichtigkeit wirklich gemacht hast auch gute Taten werden folgen dann kann nicht sein dass jemand dies bezeugt und es kommen keine guten Taten du hast die Garantie irgendwann aus der Hölle raus zu kommen aber ansonsten hast du keine Garantie im Gegenteil der Prophet Mohammed Sassim sagt ganz deutlich bei dem in dessen Hand meine eigene Seele ist niemand hört von mir seit er Yahudi Jude oder Nasrani Christ und glaubt dann nicht an das womit ich gesandt worden bin und stirbt dann in diesem Zustand außer dass er zu den Gefährten des Feuers gehört Das ist etwas, was ich auch erwähnen will. Nicht, weil ich jemandem wehtun will. Sicherlich wird das einigen Leuten nicht gefallen. Sondern, weil wir für die Menschen das Gute wünschen. Und ich ganz besonders. Und ich bin kein Versicherungsvertreter. Wir sind hier hingekommen, aus Köln, ohne dafür Geld zu verlangen. Morgen sind wir in der Schweiz, Alhamdulillah, beziehungsweise ich komme aus Bonn. Das ist jetzt selber. Da habe ich eben schon gesagt. Alhamdulillah, deswegen, diese Botschaft sollte es nochmal sein. Sicherlich werden einige Menschen nicht mit dem einverstanden sein, was ich gesagt habe. Werden Bedenken haben, werden Zweifel haben. Das ist kein Problem. Was ich nur jedem mit auf den Weg geben will, ist, für die Muslime als erstes, fangen wir heute ausnahmsweise noch mit den Muslimen an, dass man wirklich den Islam richtig leben soll. Wir sehen heute leider, dass viele Muslime ein ganz schlechtes Bild abgeben. Ich gebe dir eine Sache als Tipp, was der Prophet Mohammed s.a.w. auf seinem Schwert stehen hat. Das heißt, da sagt er, das heißt, füge den zusammen, zum Beispiel, wenn jemand mit dir den Kontakt abgebrochen hat, das ist der, der den Kontakt mit dir abgebrochen hat, versuche diesen Kontakt wiederherzustellen. Und sprich die Wahrheit, selbst wenn sie gegen dich ist. Deswegen sei gut zu den Menschen. Wir wissen in Deutschland, es kommt immer mehr Druck auf uns zu. Man wird immer unwillkommen. Wir sind auch teilweise selber daran schuld. Auf der einen Seite die Hetzkampagne, auf der anderen Seite sind wir selber daran schuld. Aber sei du immer gut zu den Leuten. Immer. Egal, wie schlecht jemand zu dir ist, es ist manchmal schwer, aber trotzdem versuche es, versuche ein gutes Beispiel zu sein. Und nicht wie einige Leute, die den Islam so durch den Dreck ziehen, die als Jugendliche sich Muslime nennen, durch die U-Bahn gehen und da irgendwelche älteren Herrschaften mit Tränengas besprühen. Ist das Islam, achi? La ilaha illallah. Da muss man sich schämen. Und diese Leute sollen sich schämen. Und ich sage das zu diesen Leuten. Ich glaube nicht, dass hier einer davon sitzt, aber vielleicht kriegen sie das über das Internet mit. Ich sage euch das, lasst diese Sachen sein. Benehmt euch wie vernünftige Menschen. Das sage ich nicht, weil wir euch hassen, sondern weil wir euch lieben. Aber wir lieben nicht das Schlechte, was ihr tut. Und deswegen bleibt davon fern, denn das ist nicht der Weg zum Paradies. Der Weg zum Paradies, das ist der Weg zum Paradies, für die Nicht-Muslime, die hier sind, Alhamdulillah sind ja auch einige hier, gebe ich einfach den Rat und natürlich auch für die Muslime gebe ich den Tipp, nicht zu schüchtern zu sein. Das heißt, nicht Angst zu haben, die Religion zu praktizieren. Jeder, der nicht betet, sollte heute anfangen mit dem Gebet, sei es Mann oder Frau, und anfangen, die Religion richtig zu praktizieren. Für die Nicht-Muslime, der Tipp, einfach, sicherlich wird es einige Bedenken geben. Wir werden gleich fragen, kann man auf Zettel schreiben, da werden wir noch einiges beantworten. Wir müssen morgen noch, ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten auf morgen, die Zeit ist momentan bei mir sehr begrenzt. Denen gebe ich einfach den Tipp, beschäftigen Sie sich einfach mit dem Islam. Zum Beispiel mit, kaufen Sie den Koran, oder wir haben auch einige Bücher draußen, die sehr nützlich sind, vor allem das Buch über den Eingottglauben im Islam. Dass man sich einfach mal damit beschäftigt. und die wichtigste Adresse, fragen Sie den Allmächtigen Gott, auf diese Art und Weise, dass Sie die Hände so heben, wie Jeremia, a.s. in der Bibel gemacht hat. Fragen Sie ihn, Allmächtigen Gott, zeig mir den richtigen Weg. Denn er wird, der Allmächtige Gott, wird es nicht in den Stich lassen. Oder fallen Sie auf das Gesicht, mit dem Boden, mit dem Gesicht auf den Boden, so wie der Prophet, A.s. a.s. Jesus in der Bibel gemacht hat. Das sind die richtigen Weg. So beraten auch wir Muslime übrigens. Wir beten nicht so und so, denn so betet auch kein Prophet in der Bibel. Alle Propheten in der Bibel beten so oder mit dem Gesicht auf den Boden. Das ist die Art und Weise, wo man Gott am Nächsten ist. Dass man zeigt, ich bin ein Diener von dir. Ich bin ein Sünder, ein Diener von dir. Alhamdulillah. Die ist sehr wichtig. Das ist das, was ich als Tipp gebe. Und objektiv einfach mal damit beschäftigen, wenn man im allgemeinen Wissen etwas zunimmt, oder im allgemeinen Wissen etwas dazugewinnt, hat man in jedem Fall auch einen Vorteil. Selbst wenn man nachher den Islam nicht annimmt, hat man einen diesseitigen Vorteil gewonnen. Aber natürlich am jüngsten Tag ist es sehr schlecht für einen. Denn, wie schon gesagt, ist der Islam, so wie Allah im Koran sagt, der einzige Weg, der von Allah am jüngsten Tag akzeptiert wird. Und die Religion, die alle Propheten, die vorher waren, auch praktiziert waren, die Gottergebung. Ich sage diese Worte und bitte Allah um Vergebung für meine Sünden und der restlichen Gott ergebenen. Alles, was richtig gewesen ist, war vom allmärchigen Gott. Und alles, was falsch war, was mit der Wahrheit nicht übereinstimmt, war von mir und vom Satan. Subhanak alaikum wa bihamdik, ashadu ala ila ila ant, astaghfiruq wa atubelik.